Und herzlich willkommen zurück hier bei The Battle of Zelda Ocarina of Time. Ich bin hier immer noch im, ja, ich weiß nicht, so eine Art Eistempel hier. Können wir hier eigentlich... Ja. Ich dachte, irgendwas hin und her schieben. Dann habe ich mich gerade eine wunderschöne Idee geschieben, nämlich dieses Ding hier mal. Plumps, dann ist er bis da ran. Ja, komm. Hier versteckt sich nämlich der nächste Rubin. Die müssen wir so oder so holen. Ui, und jetzt die Frage, wie wir hier weiter fortfahren, weil wenn wir jetzt den Stein nach... Ich glaube, wir können den jetzt hier gar nicht mehr rumschmeißen. Das ist das richtig blöd, die Idee gewesen, den her zu schubsen. Na gut, dann schmeiß ich erstmal weg. Mach's gut, Stein. Genau, jetzt hätte ich mir schon was gedacht, dass der irgendwie wiederkommt. Sollte es ja zumindest. Und wir stehen wir auf die andere Seite. Ich gucke erstmal nach vorne. Wir brauchen jetzt nämlich unbedingt erstmal wieder Feuer. Ja, doch, das geht eigentlich gerade hier. Wir brauchen jetzt auf die Idee zu kommen. Dann müsste der gute Link noch ein paar Mal niesen vorher. Ja. Dann ist der Schuss geworden, so Flaschen wieder auffüllen. Und diese Flaschen auch. Blaues Feuer eingefangen. Das ist eine kalte Flamme. Benutze sie mit irgendwas. So, können wir jetzt eigentlich schon wieder... Ja, genau. Wir können jetzt eigentlich raus. Ich weiß nur, könnte ich, ob wir das einfach zurückschieben müssen. Doch, jetzt bin ich da nicht gleich hoch. Au, weg ist er. Ja, blöd gelaufen. Ach, der springt ja auch die ganze Zeit panisch her und her. Wo müssen sie da irgendwie hin katapultieren? Von oben, um das sich ganz anzugucken, wäre vermutlich einfacher. Das ergibt gerade alles keinen Sinn. Ich gehe gerade wirklich jeden Weg hier durch. Wenn ich das da hinschieben würde, wo würde das hinkommen? Wenn ich es da hinschiebe und wenn ich es da hinschiebe. Das ergibt gerade tatsächlich keinen Sinn. Was ich hier mache? Ach da ist es weg. Ach ja, ich bin da drinnen. Doch, 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 doch. Klar, jetzt nach unten. Und dann rüber. Fertig. Oder? Naja, nicht ganz so, wie man es eigentlich bräuchte. Aber ich denke, da... Ach, ja, genau. Hat funktioniert. Damit sind wir schon glücklich. Ah. Wie ist denn so ein Eismonster? Pfeil bekommen? Sehr nett. Ah! Oh Gott. Wir sind schon in der Mitte dieses Feuerchen. Vielleicht löscht es ja gleich alle drei Flammen. Cool. Oh wow, wo sind wir... Ich wollte gerade sagen, wo sind wir jetzt gelandet, aber... Nicht so einer. Nein, den kann man sich ja immer auch mit Pfeilen recht machen. So Eiswolf. Ah! Das war jetzt nicht allzu schwierig. Oh, Eisenstiefel. Zu schwer, um zu rennen? Zu schwer, um zu schwimmen. Ah, das verstehe. Wir müssen also irgendwo weiter in die Tiefe. Ah! Was macht die denn hier? Sei gegrüßt, Link. Wenn du hierher kamst, um die Zoras zu retten, hast du den ersten Schritt getan. Doch mehr findest du hier nicht. Mit einer Ausnahme sind alle Zoras unter einer dicken Eisschicht gefangen. Ich konnte nur ihre Prinzessin retten, aber sie lief in Richtung des Wassertempels davon. Dieses Eis wurde von einer bösen Macht erschaffen. Das Ungeheuer im Wassertempel ist der Urheber dieses Unheils. Du musst das Übel beseitigen, sonst wird dieses Eis nie mehr schmelzen. Hast du Mut, den Gefahren im Tempel zu trotzen und die Zoras zu retten, dann erlerne nun die Melodie, die dich zum Tempel führt. Und wieder ein neues Lied. Was soll man eigentlich auch hinkriegen? Oh Gott, ich hab mich jetzt richtig erschrocken! Du hast die Sirene, aber du hast die Sirene des Wassers erlernt. Link, wir werden uns wiedersehen. Bäm! Weg war sie. Ja, ich habe Stil nie. Und ich glaube, wir sind hier fertig. Haben wir noch Feuerchen für den König? Ja, natürlich. Da müssen wir jetzt eben noch wieder rausfinden. Ah, ich geh schon wieder. Weil das mit der Tempelmelodie spielen lohnt sich gerade, glaube ich, überhaupt nicht. Wir hauen einfach alles kurz in klein. Ach, kacke. Jetzt müssen wir hier mal irgendwie rausfinden. Lasst mich, lasst mich, lasst mich. Weil so langer Weg war das ja jetzt auch nicht. Waa, genau. Ich glaube, hierher kamen wir. Das ist so ein blöses Teil. Ah, Mann. Das ist doch wirklich gemein hier. Halt, Sekunde, Sekunde. Oh Gott, was ich hier schon wieder sehe, für falsche Sachen. Ach, das... Ach, verdammt, tut mir leid. Da gab es eine Abkürzung, die ich nicht gesehen. Ach, ich bin doch blöd. Zu Recht. Geschieht mir das. Das passiert ja alles nicht ohne Grund. Was ist das denn? Das ist einfach nur so ein Feuerteil. Nee. Ich habe meine Einflamme da. Könnte vergessen. Ja, ich würde sagen, wir schwimmen direkt zurück. Über die Eisshöhle schaffe ich es eh nicht in einem Stück. Deswegen lohnt sich das auch wohl nicht. Ja, dann haben wir es irgendwie jetzt in der Eisshöhle schon geschafft. Bin ich ja doch recht zufrieden mit mir. Mit zweiner Trubine. Was soll ich jetzt damit anfangen, eigentlich? So, jetzt habe ich so den König hier wieder... ...auftauen, quasi. Ich hoffe, das reicht einem, so ein Teil. Nicht, dass er so groß ist und so ein bisschen mehr Feuer braucht. So, vonerst können wir ja gar nicht mit ihm sprechen. Schon mit dem wäre jemand von seiner Plattform. Darf nur angeredet und angesprochen werden. Na dann. Na, danke. Die Zora-Rüstung. Diese Unterwasserrüstung passt nur Erwachsenen. Du kannst unter Wasser atmen. Ja, wenn es sich erstmal nicht lohnt. Ja, wie gut ist denn mit dem... Oh, falsche Seite. Wann jetzt... ...gibt es denn... ...legen wir diese Rüstung direkt an? Oh, wie hätte das gedacht. Wir haben hier noch Eisenstiefel. Und, ja. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt direkt mal... Ja, ich muss schon wieder hier rein und... ...das packen wir noch da hin und... ...den Greifarm noch ausrüsten. Ähm, ja. Ich habe natürlich nicht gemerkt, wie das gerade ging. Und wir haben auch scheinbar... Ach, okay, wir müssen nach da unten. Ja, gut, dann lernen wir uns mal direkt hin. Äh, mit Melodieren. Ähm, ah, runter, rechts, rechts, links. Ich habe mich gerade echt gefragt, wo der Wassertempel ist, aber naja. Waren wir ja schon mal davor quasi. Und es regnet, oh Gott. Ist der ausgetrocknet? Ich hasse es nicht. So gut wie ausgetrocknet hier. Gott, was steht hier? Wenn das Wasser den See ausfüllt. Ziele auf die Morgensonne. Was soll das denn sein? Na, okay, dann bin ich auf jeden Fall mal gespannt und... Hui. Erstmal ins Wasser. Ich denke, der kann unter Wasser damit atmen. Ach, verdammt. Was macht das für dieser komische Pfeil? Er stört mich schon etwas, muss ich ehrlich sagen. Ja, jetzt ist es mir scheißegal. Da tauchen wir halt nicht, normal. Hm, hier geht es auch gar nicht so leicht rein, wie ich mir gerade dachte. Geh mal auf hier. Die Gebräuche sind auch echt nett. Das muss ich jetzt immer jedes Mal so ausziehen. Gibt es dafür nicht zufällig irgendwo... ein Knöpfchen? Sieht auf jeden Fall schon sehr nett aus, hier. Hilfe, 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 Hilfe. Naja, okay, wir sind scheinbar jetzt noch nicht ganz drin. Wie komme ich denn da bitte schon hoch? Okay, gut, das habe ich mir fast gedacht. Dass die auch dafür da sind, dass man sich da schon ranzieht. Das ist sehr verdächtig. Das hat mich schon ein bisschen überrascht, muss ich gerade sagen. Okay, mal gucken, ob ich mir jetzt mal den bösen Drachen da rüberhole. Nein, ich glaube, da kam ich nicht her, oder? Da unten können wir scheinbar weiter. Aber ich glaube auch hier überall. Ich sehe schon da drauf, dass es hinausläuft, irgendwie mal Wasser ablassen. Und ähnliches. Ey, aber für die Schuhe muss man doch irgendwie... Ähm... Ich weiß auch nicht. Irgendwas haben damit halt schneller geht. Okay, warte, ich verstehe mich jetzt ja irgendwo sonst, wenn's hier. Hm. Doch vielleicht schon ist das ganz wichtig so. Okay. Ich meine, ich weiß jetzt echt nicht, ob man hier irgendwie nicht doch irgendwie einen Schnellgriff dafür hat. Ansonsten machen wir erst mal damit weiter. Auf den lasse ich mir gar nicht ein. Ah, wo senke ich denn hier hin? Oh, 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 oh. Ich glaube, wir sind zu tief, oder? Oh! Hier ist sie ja. Wenn ich mich recht entsinne. Link? Sie ist älter geworden. Verdammte... Oh, Mann. Du bist Link, oder? Ich bin es. Hutu. Deine Braut. Die Prinzessin der Soros. Ja, bleib uns aber die Sprache weg. Ich werde nie vergessen, das, was wir uns vor Jahren geschworen haben. Es war grauenvoll von dir, mich sieben lange Jahre warten zu lassen. Doch jetzt ist nicht die Zeit, über Liebe zu sprechen. Es ist etwas Furchtbares geschehen. Soros Reich ist eingefroren. Alles ist über und über mit Eis bedeckt. Ein junger Mann namens Shiek hat mich aus dem Eis gerettet. Doch das ist ein Kerl. Aber die anderen Soros wurden... Noch nicht... Ich will sie retten. Alle. Ich will Soros Reich retten. Du musst mir helfen. Du musst es für mich tun. Für die Frau, die du heiraten wirst. Link, hilf mir, das bösartige Ungeheuer zu vernichten, das in diesem Tempel lauert. Wirst du das tun? Im Wassertempel gibt es drei Stellen, an denen du die Wasserstand verändern kannst. Ich zeige dir den Weg. Folge mir und beeile dich. Ja, wie ich mir schon dachte, mit dem Wasser ein bisschen rumspielen. Ja, mach's gut. Das hat uns ja erstmal komplett umgehauen. Okay, das kann er hier wohl nicht nehmen. Ich glaube, wir sollten erstmal hinterherfliegen. Ich meine, schwimmen natürlich. Sekunde, Sekunde, Sekunde. Was ist das hier? Ich finde den Riss sehr verdächtig. Da ist eine Kiste dahinter. Komm, hier hat man Bomben. Garantiert unter Wasser Bomben. Ich kann mir jetzt gerade nicht vorstellen, dass der hier unter Wasser eine Bombe zünden kann. Ja, genau. Genauso wenig, wie er in mir spielen kann. Jetzt bin ich hier schon wieder. Oh. Oh, ganz toll. Müssen die mich erst töten, damit ich sie töten kann? Es ist mir alles egal. Ich spreng euch in die Luft. Oh man. Na, hoffentlich die Karte. Na. Tatsächlich. Ach, na ganz toll. Jetzt müssen wir hier irgendwie wieder runterkommen. Wir sinken immer tiefer. So, jetzt sind wir einfach nur wieder zurück oder woanders gelandet. Ich watsche dir einfach mal in den nächsten Raum rein. Das sollte garantiert auch jetzt ein paar Folgen wieder werden, wo wir jetzt hier einfach nur wirklich ein bisschen sinnlos rumlaufen. Teilweise gefürchtet, dass das schon so eine Stelle, die man glaube ich einsprengen kann. Aber davon haben wir echt Bomben noch. Oder vielleicht, ich habe eine andere Idee. Schuhe ausziehen, Schuhe anziehen. Wenn man drauf landet, haut es doch bestimmt ein bisschen rein. Ne. Na gut, aber nette Idee, hoffe ich. Hier müssen wir noch einen Stein rausschieben. Oh Gott, wo kommen wir jetzt hier schon wieder hin? Aber wieder so ein Raum, wo wir nach oben können. Okay. Ich bin schon spezielle Zeiten, oder? Für. Ach nee, das ist halt mir schon Haken. Tut mir leid. Ja gut, hier kommen wir ja eh noch nicht hin, weil, ja. Brauchen wir noch einen Schlüssel dafür. Es tut mir jetzt aber echt leid, dass ich jetzt hier schon wieder quasi am einen Leben bin. Man muss ja zum einen erst mal gucken, wann hier ist, und zum anderen könnte man auch die Karte einfach gucken. Aber die hilft uns auch nicht weiter. So im geringsten. Hm. So langsam sind wir hier eigentlich gar nicht. Ich muss jetzt so die Schuhe ausziehen und hoch. Wenn wir mal mit Schuhen aus und anziehen, schafft jetzt was und sonst irgendwas. Hä, wir müssen uns da rüberziehen. Ich würde sagen, das machen wir mal schnell. Also das ging ja, glaube ich, gar nicht. Ah, haha. Ach, Mann. Das ist jetzt gerade echt ein bisschen wieder viel auf einmal. In so einem neuen Tempel und wir haben noch keinen Plan von irgendwas. Zumindest ich nicht. Ich guck mal, wo es da hingeht. Ach nee, da geht es ja nur wieder zu dem einen unterensten. Da will ich jetzt noch mal rein. Und wir sind auch richtig gut gelandet hier. Bäää. Oh Gott, ich kann ja nichts dagegen tun hier gerade. Na, wie möchte ich uns unbedingt verraten, wie sie heißen? Ein Elektromanta. Mhm. Das Herz holen wir uns doch schnell. Ach, hier ist auch schon der 1. Ah! Oh Gott, das hat sich doch richtig gelohnt. Kommen wir jetzt hier nach oben? Okay, wow. Just wow. Wow. Das bringt uns hier gerade schon wieder nichts. Also ich würde auch sagen, wir machen hier auf jeden Fall der... Oh, was Wichtiges da drin in der Kiste. Weil sie nicht so groß. Aber ich glaube, wir können auch nicht so einen coolen Sprung machen oder so, wenn wir hier rauskommen. Nee. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Und tja.